Ich bin immer Optimist, das wissen sie glaube ich inzwischen und es gibt auch keinen Grund da nicht mit Hoffnungen nach Berlin zu fahren. Das was der Trainer schon gesagt hat, dass die Mannschaft sehr viele Stärken auch jetzt in Hoffenheim wieder gezeigt hat. Das gilt es auch wieder zu zeigen. Es gilt eben aus diesem Spiel wieder die richtigen Schlüsse zu ziehen. Die Fehler die wir gemacht haben, dass wir die versuchen abzustellen und je mehr wir das schaffen, desto höher wird die Wahrscheinlichkeit eben auch auswärts zu punkten. Diese Qualität oder dieses Potenzial hat diese Mannschaft, die hat diese Fähigkeiten glaube ich auch auswärts dann so gefährlich zu spielen. Aber dazu gehört eben, dass wir uns weiterhin verbessern. Das ist leider so oder Gott sei Dank so. Und da bin ich sehr zuversichtlich, dass da noch eine Menge Platz da ist, um sich zu verbessern. Wir haben gerade über Kevin gesprochen, der ja auch gerade erst da ist. Also was das Zusammenspiel angeht, gibt es sicherlich noch sehr viel Luft nach oben und und und. Ich könnte noch ein paar andere Dinge auch nennen. Also von daher gibt es keinen Grund jetzt ohne Zuversicht jetzt nach Berlin zu fahren. ρέ Thank you so, wir machen! weiß auf Environmental